Topfgucker TV empfiehlt. 2018 wurde es als das Szene-Restaurant in Berlin ausgezeichnet. Und viele kennen es vielleicht auch von einem spektakulären Auftritt bei Ready to Beef mit Tim Melzer. Martin Müller ist Mitbegründer und Inhaber vom TISC. Wofür steht denn der Name? TISC ist das altdeutsche Wort für den Tisch der Tresen bzw. die Theke. Ja, das ist meine Aussage, aber das heißt ja noch lange nicht, dass ihr hier so tolle Auszeichnungen besonders im kulinarischen Bereich bekommen habt. Wir sind hier in Berlin. Was ist denn eure Besonderheit? Also wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir so Berliner Gerichte, Berliner Klassiker neu interpretieren und ein bisschen zeitgemäßiger anrichten, uns mit der Substanz beschäftigen, was ist, wo kommt was her, versuchen mit regionalen Produkten zu arbeiten und das schreiben wir uns auf die Fahne. Wer hat dich geprägt in deinem Können? Geprägt hat mich eigentlich meine Oma, meine Mutter. Von daher kommen auch die Rezepte. Das heißt, mit den ganzen Sachen, die wir hier auf der Karte haben, bin ich natürlich aufgewachsen. Und jetzt geht es diese Sachen noch ein bisschen schöner und im Geschmack viel intensiver auf den Teller zu bringen. So, jetzt bin ich hinter dem Tresen, sozusagen ganz nah beim Koch und das ist Tim. Tim, was bereitest du denn hier vor? Ich bereite jetzt vor Kräuter, vor Senfei. Das ist ein schönes Senfei mit Senfschaum. Und dazu machen wir schon einen Kräutergarten und da plücke ich jetzt die Kräuter vor. Du bist ja die rechte Hand von Martin, Suh-Chef im TISC. Wenn ich jetzt aber deinen Akzent höre, klingt das nicht nach Berlin. Woher kommst du denn? Ich komme aus Holland. Und wie kommst du hier mit der Küche klar, mit der Berliner Küche? Ja, das ist einfach eine neue Erfahrung. Ich bin seit 15 Jahren Koch, professionell in der Sternenlade gearbeitet, auch in Holland. Und einfach mal probieren und mitmachen und üben und viel essen gehen und inspirieren lassen durch Berlin. Weil Berlin, ja, gibt es so viele schöne Küche und ja, deswegen mag ich die Berliner Küche sehr gerne. Ja, Tim, dann ganz vielen Dank, dass du das schon vorbereitest hier fürs Senfei mit ganz vielen Kräutern. Ich selber habe das so noch nie erlebt. Und jetzt freuen wir uns auf Martin, der uns dann sein Können zeigt beim Bräuler und beim Senfei. Eine Frage habe ich noch, Tim. Hast du ein Lieblingsessen, ein Berliner? Currywurst. Super. Currywurst, okay. So, dann würde ich sagen, ab in die Küche. Viel Spaß beim Nachkochen und wenn das nicht packt, kommt einfacher her ins TISC in Berlin-Neukölln. Findet ihr das? Ganz kurz zu den Öffnungszeiten. Wann habt ihr geöffnet? Wir haben von Dienstag bis Samstag von 12 bis 15 Uhr und von 18 Uhr bis 22 Uhr auf. Genau, und wenn ihr reservieren wollt, googelt einfach mal und dann findet ihr auch die Webseite. Dann viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben Rawys. 楠 southern Budweiler. Vielen Dank.